Nagasaki im Süden Japans. Die fast 1000 Inselchen der Präfektur sind ein noch unerschlossenes Urlaubs- und Fischparadies. Nagasaki-Stadt ist einer der kosmopolitischsten Orte Asiens. Schon im Mittelalter war ein Sechstel der Bevölkerung chinesisch. Gleichzeitig brachten portugiesische und holländische Handelsschiffe nicht nur das Christentum, sondern auch exotische Zutaten wie Zucker. Die süßen Kuchen, die die Missionare verteilten, sind noch heute eine Spezialität Nagasakis. Als Japan sich vom 17. bis 19. Jahrhundert vollständig von der Außenwelt abschottete, war Nagasaki der einzige Hafen, der geöffnet blieb. Dieses hermetisch abgeriegelte Dorf wurde eigens für die Holländer gebaut. Die Kapitäne luden ihre japanischen Partner oft zu üppigen Sonntagsbraten ein. Schnell fanden die europäischen Rezepte Eingang in die lokale Küche. Im Laufe der Jahrhunderte haben die Menschen hier eine einzigartige Esskultur entwickelt. Shipokobyori heißt Nagasaki's Haute Cuisine, die das Beste aus der japanischen, chinesischen und europäischen Küche vereint. Die Menüs gehören zu den exquisitesten der Welt. Eine Erlebnisreise in die noch unentdeckte Haute Cuisine Nagasaki's. Das Kageze Restaurant ist mit seiner fast 400-jährigen Geschichte eines der ältesten Restaurants Japans. Seit 1642 feiern die Menschen hier Hochzeiten, Geburten und andere große Feste des Lebens mit Shipokobyori. Masahiko Hashimoto ist seit 35 Jahren Herr über die Rezepte. Heute stellt der 62-jährige Chefkoch ein Menü für eine Gruppe Geschäftsleute zusammen. Die Chefetage des örtlichen Privatsenders will einen wichtigen Kunden aus dem hippen Tokio für Nagasaki begeistern. Hashimoto muss die 14 Gänge genau auf die Jahreszeit und die Vorlieben der Gäste abstimmen. Die oberste Regel der Shipoko Cuisine lautet, die Party muss den Gästen als Moment perfekter Harmonie, ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Wenn die Gäste am Ende des Abends mit zufriedenem Gesicht sagen, dass es toll geschmeckt hat, dann hat sich der ganze Aufwand gelohnt. Die Philosophie der Gastfreundschaft ist das Beste am Shipoko-Essen. Früher haben die Menschen in Nagasaki Ausländer zu feiern eingeladen und als Zeichen der Freundschaft haben japanische Köche mit ausländischen Zutaten für sie gekocht. Diesen Gedanken will ich aufrechterhalten. Das Goto-Archipel vor den Toren Nagasaki's. Die Inselchen gehören nicht nur zu den schönsten Flecken Japans, sie gehören auch zu den reichsten Fischgründen des Landes. Außerdem ist Goto bekannt für exotische Köstlichkeiten, die man sonst nirgendwo findet. Chefkoch Hashimoto ist mit seinem Lehrling Manato Igawa auf der Suche nach neuen, exquisiten Lieferanten. Du wirst hier Erfahrungen machen, die du im Alltag nie machst. Hier kannst du so viel lernen. Du musst nicht mal den Vorsatz haben. Ich will jetzt lernen. Das passiert ganz von selbst. Wenn du mit den Leuten vor Ort sprichst, erfährst du auf jeden Fall etwas Neues. Salzmeister Takeshi Seitzel holt neues Wasser. Er darf den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen. Es muss Flut sein, idealerweise auch noch Vollmond. Dann ist der Mineralgehalt im Wasser am höchsten. Das Meerwasser, das Seitzel in seinen Tank pumpt, enthält mehr als 90 verschiedene Mineralien. Die Salzmanufaktur. Seit 17 Jahren kocht Seitzel hier Edelsalz auf traditionelle Weise. Das Feuermachen ist zwar arbeitsintensiv, aber der 44-Jährige ist überzeugt, dass das Holzfeuer dem Salz eine warme Geschmacksnote gibt. Je mehr Wasser verdampft, desto höher wird der Salzgehalt in dem Bottich. Sobald die Salzlauge die ideale Konzentration hat, muss Seitzel sie umfüllen. In diesem Bottich sollen Verunreinigungen absinken, damit das Salz später strahlend weiß aussieht. Jetzt ist wieder Platz im Kochbottich für das frische Meerwasser. Hier kristallisiert eine ältere Salzlauge aus. Sie muss gerührt werden, damit sich die wertvollen Mineralien gleichmäßig verteilen. In den nächsten sieben Tagen wird diese Lauge zu Salz. Bis dahin muss Meister Seitzel seine Zeit zwischen Rühren und Feuermachen für die nächste Runde Salzlauge aufteilen. Chefkoch Hashimoto hat von dem guten Ruf des Goto-Salzes gehört. Wow, das sehe ich zum ersten Mal. Salz, das dank der vielen Mineralien blutdruckregulierend wirkt, würde sich in der Kageze-Küche gut machen. Schließlich gehört es zur Philosophie der Shipoko-Cuisine, dass das Festmahl auch die Gesundheit der Gäste fördern soll. Wir haben noch nie Salz aus Goto benutzt. Es interessiert mich sehr. Unser Salz ist besonders. Nicht einfach nur scharf. Das hier ist noch unfertig. Aber bitte probieren Sie. Süß! Sie haben es erkannt. Erst schmeckt es süß, dann kommt die Schärfe hinterher. Genau. Eine milde Schärfe. Sie sind ein Kenner. Normale Besucher erkennen das nicht. Spürst du die Süße? Wohl nicht. Kameliensträucher. Aus den Früchten der wild wachsenden Sträucher pressen die Insulaner seit vielen Jahrhunderten ein Öl, das weltweit als asiatischer Geheimtipp für glatte Haut, schöne Haare und die Veredelung von Speisen gilt. Auch Salzmeister Seitzö macht Kamelienöl. Die Ernte ist gerade vorbei. Seitzö hat eine Überraschung für die Edelköche aus Nagasaki. Das sind Kamelienkerne. Kamelienkerne? Mir war nicht klar, dass die Kerne nur das Innere sind. Ich dachte, die wachsen direkt auf dem Baum, ohne Frucht. So was könnte man nicht ernten. Die Kerne würden ja sofort abfallen. Hier, ein Mitbringsel. Pressen Sie das mal. Die harte Schale muss entfernt werden. Nur der weiche, aber ungenießbare Kern enthält Öl. Aus einem Kilo Kerne lassen sich gerade einmal 300 Milliliter Öl pressen. Die geringe Ausbeute und die Tatsache, dass für jeden Kern eine Frucht in Handarbeit geerntet werden muss, macht das Öl so kostbar. Jetzt bist du dran. Ist das schwer zu drehen? Ja, ziemlich. Kamelienöl hat den Spitznamen Langlebigkeitsöl. Es heißt, es verlangsame den Alterungsprozess. Tolles Aroma. Das riecht super. Das prägt sich ein. Die Edelköche müssen weiter, ans andere Ende der Insel. Zackenbarsche. Japans wertvollste Speisefische. Seitoku Kubo ist dafür verantwortlich, dass es den edlen Tieren auch in Gefangenschaft gut geht. Die Fütterung ist der wichtigste Moment für den 25-jährigen Fischzuchtspezialisten. Die empfindlichen Tiere fressen nämlich Moa, wenn sie sich wohlfühlen. Die Tiere sind sehr scheu. Deshalb fangen auch erfahrene Fischer nur wenige Exemplare pro Monat. Wenn wir Wildfänge bekommen, dauert es lange, bis die Tiere sich an die Fütterung gewöhnen. Manche fressen eine Woche, andere einen Monat lang nicht. Es ist extrem schwierig, den Tieren ihre Angst zu nehmen. Hallo. Hallo. Für Chefkoch Hashimoto sind Zackenbarsche eine Must-Have-Zutat. Seit Alters her sind die schwer zu beschaffenden Edelfische ein Symbol für feierliche Anlässe und finden sich bereits in den ältesten Shipoko-Rezeptbüchern. Diese Zuchtfische wären eine Alternative zu den seltenen Wildfängen. Diese Reise hat mich nochmal so richtig motiviert. Der Zackenbarsch-Züchter ist erst seit fünf Monaten dabei. Der braucht fünf Jahre, um eine Fischgeneration großzuziehen. Aber diese Mühe zahlt sich ganz sicher aus. Das sind Top-Fische. Irgendwann wirst du diese Barsche zubereiten. Dann musst du genauso viel Herzblut in die Zubereitung stecken, wie der junge Züchter in seine Fische. Genau, in fünf Jahren, wenn die Tiere von heute soweit sind. Versprich mir das. Zurück in Nagasaki. In ein paar Stunden kommen die TV-Leute mit ihren Tokyota-Gästen. Lehrling Igawa ist für das kulinarische Highlight des Abends zuständig. Basti, ein japanisch-protugiesischer Nudelauflauf. Als erstes muss Igawa den Nudelteig machen. Das Wichtigste ist, dass der Teig gut formbar ist. Denn Basti-Nudeln sind ein Kunstwerk, an dem selbst geübte Köche verzweifeln können. Das Kamelienöl aus Goto soll die Arbeit erleichtern. In den ersten Monaten war ich sehr aufgeregt. Ich dachte nicht, dass ich den Basti-Auflauf hinbekomme. Aber wenn ich mir klarmache, wie viel Vertrauen mein Chef mir schenkt, spornt mich das an. Bei einer Shippoko-Party dürfen auch Geishas nicht fehlen. Momoha ist eine der letzten zwölf Geishas von Nagasaki. Im Laufe der Jahrhunderte haben die weltberühmten Entertainerinnen ein riesiges Repertoire angesammelt, mit dem sie jede Feier dem Anlass entsprechend anheizen. Momoha ist noch neu in dem Metier. Sie ist erst seit vier Jahren dabei. Eine Stunde braucht sie, um sich in eine Geisha zu verwandeln. Die weiße Schminke ist ein Relikt aus dem Mittelalter, als die Geishas im Kerzenschein tanzen und musizieren mussten. Weiß ist nämlich in dem gedimmten Licht am besten sichtbar. Das Anziehen des prächtigen Kimonos ist hochkompliziert. Das Zusammenknoten des Gürtels ist das Schwierigste. Wenn ich die Perücke aufsetze, den Kimono anziehe und mich schminke, lege ich Stück für Stück mein privates Ich ab. Dann schalte ich komplett um. Während der Party muss ich aus den Gesten der Gäste lesen, ob ich Spaß machen oder lieber mal kurz schweigen soll. Ich muss alle meine Antennen ausfahren, um die Wünsche der Gäste zu erraten. Das ist der Job einer Geisha. Jetzt sind es nur noch ein paar Minuten, bis die Gäste eintreffen. Zeit für den Zackenbarsch. Heute gibt es Yubiki, hauchdünne Fischstreifen durch kochendes Wasser gezogen. Chefkoch Hashimoto muss den Fisch so dünn schneiden, dass das Fleisch gerade noch durchsichtig ist. Ist der edle Fisch zu lang im Wasser, geht die einzigartige Mischung aus Bissfestigkeit und Elastizität verloren. Das perfekte Timing ist Gefühlssache. Jetzt wird aus dem köstlichen Edelfisch ein Kunstwerk. Die Kräuter sind eine perfekte Ergänzung zu dem ansonsten ungewürzten Fisch. Hier steht der Tisch nicht gut. Stellt ihn bitte etwas weiter rüber. Managerin Yukiko Nakamura und ihre Mitarbeiterinnen bereiten den Partyraum vor. Die Idee, dass die Gäste an einem runden Tisch speisen, haben buddhistische Mönche aus China mitgebracht. Wenn alle aus der gleichen Schüssel essen, dann teilen sie. Die Gäste sitzen im Kreis. Das hilft, die Unterschiede in Rang und Status vergessen zu lassen. In so einer Situation empfinden die Gäste ein Miteinander. Deshalb werden am Ende einer Shippoku-Feier alle unabhängig von ihrem gesellschaftlichen Status das gleiche empfinden. Das ist die Magie einer Shippoku-Party. In der Küche arbeitet Lehrling Iga-Wa an der Füllung seines Auflaufs. Haifischflossen und Schildkrötenfleisch. Ein chinesisch-japanischer Mix. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Ein Deckel aus selbstgemachten Nudeln. Das Flechten erfordert höchste Konzentration. Iga-Wa muss schnell sein. Lässt er sich zu viel Zeit, weichen die Nudeln auf und sein Kunstwerk versinkt in Schildkrötensuppe. Die Gäste sind da. Herzlich willkommen. Dass die Gäste auf Knien empfangen werden, ist das ultimative Zeichen japanischer Gastfreundschaft. Noch ist die Stimmung angespannt. Die Teilnehmer kennen sich kaum. Private Gespräche werden sie heute zum 1. Mal führen. Chefkoch Hashimoto arbeitet derweil am 1. Gang. Der Herewan, die Flossensuppe, ist vielleicht der wichtigste Gang im ganzen Menü. Zum 1. Mal schmeckt der Küchenchef die Brühe mit dem Salz aus Goto ab. Das Salz macht die Brühe süßer. Es holt den süßen Geschmack aus der Bonito-Fisch- und Konbu-Algenbrühe. Die Idee, dass eine Suppe am Anfang serviert wird, haben handelsreisende Europäer im 17. Jahrhundert mitgebracht. Später haben Nagasaki's Köche japanisches Gedankengut einfließen lassen. Der kleine Reiskuchen ist für die animistischen Shinto-Götter. Reis ist nämlich die heilige Speise japanischer Götter. Erst wird die Suppe den Göttern dargebracht. Dann dürfen wir Menschen sie essen. So ist es in der Shippoku-Tradition überliefert. Das Wichtigste ist, dass es den Gästen und den Göttern schmeckt. Wie in jeder guten japanischen Küche haben die Götter auch in der Kagezö-Küche ein Zuhause, damit sie über Köche und Speisen wachen. Der erste Gang folgt den Regeln einer jahrhundertealten Zeremonie. Das ernste Schweigen von Personal und Gästen ist Teil der Choreografie. Bitte bedienen Sie sich an der Schwanzflosse. In der Anfangszeit der Shippoku-Cuisine bedeutete dieses Ritual, wir haben eine ganze Meerbrasse, einen der teuersten Fische der japanischen Küche, für jeden Gast eingekauft. Ein Zeichen besonderer Gastfreundschaft. Von der edlen Suppe kosten auch die Götter. Deshalb die Schweigepflicht. Lehrling Igawa ist fast fertig mit seinem Nudelgeflecht für den Basti-Auflauf. Nun darf nichts mehr schiefgehen. Zufrieden bin ich nicht. Ich muss noch viel lernen. In der Mitte sackt das Geflecht ein. Die Löcher sind so unregelmäßig. Willkommen in Nagasaki. Prost! Jetzt darf gefeiert und gelacht werden. In den folgenden drei Stunden wird sich zeigen, ob die Shippoku-Küche es schafft, die kulinarisch mit dem besten aus aller Welt verwöhnten Tokiota zu begeistern. Keine leichte Aufgabe. Schließlich hat Tokio weit über 200 Michelin-Sterne-Restaurants. Weltspitze. Auch die Gäste der TV-Leute sind kulinarisch mehr als verwöhnt. Der Zackenbosch hat etwas Süßes und Bissfestes. Etwas ganz Besonderes. So einen Fisch esse ich nicht alle Tage. Lecker! Die Feier steuert auf den Höhepunkt zu. Zeit für Lehrling Igawas Basti-Auflauf. Die Feier steuert auf den Höhepunkt zu. Lecker! Das ist mein erstes Shippoku-Essen. Es ist eine einzigartige Mischung aus urjapanischer und ausländischer Kultur. Toll! Jetzt liegt es in den Händen von Momoha und ihren Kolleginnen, aus einem gelungenen Geschäftsessen ein einmaliges Erlebnis zu machen. Sie haben heute gut gegessen. Zeit für ein bisschen Bewegung. Bitte kommen Sie auf die Bühne. Heute sollen die Geschäftspartner lachen. Vor allem über sich selbst. Das schweißt zusammen. Zootiere raten heißt dieses Spiel. Die Party ist zu Ende. Zum Abschied erwartet die Gäste noch eine Überraschung. Ein letzter Schluck Sake zum Abschluss eines perfekten Festmals. Dieses Abschiedsritual ist ultimative Gastfreundschaft auf Nagasaki-Art. Untertitelung des ZDF für funk, 2017